Gehst du vor, geh ich vor? Also, ich bin ja eigentlich der Meinung, wir machen das hier zusammen. Wäääh. So. Äh, falscher Knopf? Spektakulär. Wir müssten aber langsam am Ende sein, oder nicht? Das sagst du irgendwie schon seit ein paar Folgen. Wie gesagt, einen kleinen Moment dort ist bestimmt noch. Okay. Ich glaube, ich hab's. Ich war's nicht. Und ob du das warst. Du vollhorst. Was? Hä? Frau? Was machst du da? Ich hab dich grad geheilt. Mir ging's ausgezeichnet. Vielen Dank. Was passiert denn hier gerade? Ähm, du hast den Alarm ausgelöst. Das passiert hier gerade. Magst du ein bisschen schneller machen? Ähm, schwierig. Geht grad nicht. Ich kann nicht schneller kriechen. Aber da sind Kisten. Bleib mal da drin. Ich kümmere mich um die Kisten. Ich möchte mich da drüben umsehen. Na toll. Jaja, das erklärt so einiges. Ich will mich da gar nicht umsehen. Ich will hier rein luschern. Ich bin auch endlich mal da. Ist ja schön. Grün. Ich brauch rotes Kraut. Mann. Für was haben wir denn jetzt den Alarm ausgelöst? Ähm, du solltest den Alarm nicht auslösen. Wir wollten eigentlich nur die Geiseln befreien. Gut, dann geh ich hier mal runter. Ich möchte gerne, dass du mich hier rüber schickst erstmal. Achso. Ich kümm. Ich kümm. Ja, das wird auch mal Zeit hier. Nix kriegt der Bengel mit. Nix. So, hüpp. Na endlich. Wir sollten uns doch zeigen, wie sportlich ich bin. Schön. Erstmal gucke ich, ob es die Kisten gibt. Ähm, wieso laufe ich denn jetzt im Kreis? Also ich denke jetzt einfach mal, ich sollte da nicht runtergehen. Du sollst da nicht runtergehen? Wieso nicht? Weil da ein großer Ventilator ist. Und wenn du ihn ausschalten sollst, wäre es glaube ich unpraktisch, wenn ich jetzt runtergehe. Ach, probier es einfach. Mensch, was macht der denn hier? Alleine probier es einfach. Ist dir mein Leben gar nichts wert? Ja doch. Oh, dann komme ich hier nicht so? Dann bin ich jetzt doof oder was? Ich habe keine Lust zu sterben. Bleib hier. Ach, hier soll ich hin? Das ist direkt hier vorne. Mensch, das ist ja viel zu einfach. So. Geh mal rein. Ja, wieso? Wieso ich? Ich bin gerade gesch... Was hast du gemacht? Es ist ein Geschütz hier angesprungen auf einmal. Entschuldige mal. Warte, du kannst gleich wieder einschalten. Jetzt kannst du wieder einschalten. Das sagst du so. Ich fühl dir aber auch so ein bisschen die Richtung, wenn die ständig auf mich schießt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ah, ich glaube, ich konnte es gerade kaputt machen. Kann er sich nicht nach vorne rollen? Verdammt. Ich kann das nicht wieder anmachen. Wo soll ich denn hier... Achso, hier ist noch ein Ventilator. Da komme ich nicht durch. Ja, klasse. Jetzt habe ich hier auch noch Gegner. Das fängt ja ganz klasse an hier. Doch, ich habe ein relativ ruhiges Leben. Ich überhaupt nicht. Bis jetzt zumindest, sage ich mal. Ich habe hier ein kleines Problem. Halt die Schnauze da unten. Ganz ehrlich. Das habe ich nicht gemacht. Das macht er von alleine. Ja, ja. Oh, jetzt hört auf hier. Ich mach doch sowieso nix. Bitte, den machen Sie den... Ich mach das nicht, versprochen. Ich mach das wirklich nicht. Ey, jetzt geh mal weg hier. Ich will hier den ausschalten. Das ist mir gerade wichtiger als diesen Vollwurst. Mensch, jetzt lass den doch... ...vollwurst sein. Ich kann das hier noch... Oh, ich weiß nicht. Ja, der reagiert hier auf gar nichts, wenn ich da was machen will an den Dingern. Also, da steht zwar linke Maustaste drücken, aber da passiert überhaupt nix. Also, von mir aus sieht das so aus, als wenn du ein ruhiges Leben hast. Ja, das mag ja sein. So, ich sehe von hier aus aber jetzt auch nicht den nächsten Hebel. So, gleich... Findest du aber... Ja, genau. Findest du aber schön, dass ich hier unten so ein ruhiges Leben hab? Ja, das ist ganz klasse. Ganz ehrlich, wenn du das noch einmal sagst, ne? Dann lass ich... Dann schieb ich dich da eigenhändig durch. Ich mach aber nix. Ich steh hier nur. Ah, da ist der zweite Ebene. Endlich. Die Anzeige hat ich... Überall hops dieser Vollwurst drüber, ne? Aber wenn er einmal hopsen soll, dann macht er einen Scheißdreck. Oh, mir kommen die Tränen. Schön. Mir überhaupt nicht. Ehrlich. Oh, hast du es eigentlich geschafft. Wurde aber auch Zeit. Ich hab hier oben ein bisschen Stress. Ja, ja. Ich beile mich. Oh nein, nicht so einer. Shotgun, Shotgun, Shotgun. Oh, rutschen. 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 Gegner. Gegner. Steh auf. Hallo? Kommt da jetzt keiner raus? Also hier geh ich nicht wieder raus. Ich bin auch nicht bescheuert. Alle tot? Alle tot. Nutz das erst mal hier. Oh Gott, der war jetzt auf einmal weg. Ich dachte, da kommt wieder so ein Horst raus. Na geil. Ähm, würdest du jetzt mal bitte zielen? Mensch, das ist ja schwierig hier. Ich hab keine Munition mehr. Wo bist du denn? Ach da, hier ist so ein Sch... Alter. Welcher Aufzug hat jetzt wieder Sturm? Welcher Aufzug? Ich treffe sie dann oben. Bei dir muss irgendwo ein Aufzug sein. Ah, in die Richtung, okay. Ja, 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 schon klar. Ähm. Bist du das? Hast du den Aufzug aktiviert? Verdammt, ich hoffe. Bald bei mir passiert nämlich gerade was. Ach, jetzt geht der Aufzug wieder zu. Oh, leck mich doch am Arsch hier. Du musst es jetzt wissen, ansonsten greife ich jetzt von der Krügel. Ich komme gerade runter. Ich denke, ich soll hochkommen. Bist du das? Okay. So, dann müsstest du mir jetzt hier helfen. Einzigste Grund, warum du in diesem Spiel bist. 1CG. Oh. In deinem Alter solltest du es langsam gelernt haben. Papp, 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 papp. Oh, hier sind ja welche. Nach, Mann. Ach, sehr schön. Alles klar, du machst es doch schon. Chirp, du Hund! Oh, Kiste. Munition, sehr schön. Ähm, einmal nachladen, bitte. Danke. Du machst es doch schon, ne? Ich organisiere mir hier gerade ein bisschen Muni. Und wo wurde ich denn gerade angeschossen? Ich weiß nicht. Oh, hinter mir! Wo kommt er denn her? Geh weg, geh weg, geh weg. Da noch mehr. Da noch einer. Alter, was ich gerade an Munition verbraten hab. Ja, wem sagst du das? Hier ist noch ne Kiste. Hm. Toll, Säuregeschosse. Das Voyager. Das ist immer so. Das war's. Oh, nein, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Er ist so... Nein. Geh ihm hinterher, genau. Geh ihm hinterher. Schieß ihn doch mal. Ich komme mir nicht raus. Ich komme mir nicht raus. Ich komme mir nicht raus. Da ist zu spät. Äääh, ist das Ekelや. Und wann kriege ich endlich mal wieder ein rotes Kräutchen, verdammt. Moment mal, ich muss erst mal ein bisschen so. Ich muss mich nämlich erst mal heilen. Ich habe dann... Alter! Klar, warte nicht, dann mach das da allein. Kann man doch nicht wissen, dass dieser Idiot gleich hinter mir hockt. Doch schon. So. Munition. So, ich habe nichts mehr zum Heilen. Also ich brauche jetzt ein grünes Kraut und ein rotes Kraut. Das war möglichst schnell. Das sieht hier doch alles nach Arznei aus. Wieso? Wieso gibt es hier keinen Marihuana? Verdammt! In der USA legalisiert. Wieso gibt es das nicht? Kommst du? Ja. Ich betätige Hebel. Welchen? Wieso? Was machst du? Hallo? Ich mache hier den Aufzug heil. Welchen? Wo? Also... Wo bist du, Bill? Wo bist du? Ich bin hier in meinem Aufzug. Ich bin eigentlich nur an dir vorbeigegangen. Wo bist du denn? Bist du zurückgelaufen? Sag mal... Musst du ja. Wo bist du hin? Oh, da bist du ja. Mach mir nicht so eine Angst. Das ist ja unglaublich. Mit dir kann man nirgendwo hingehen. Da ist noch mal zwei Hebel. Was sollen wir damit nur machen? Hier ist noch ein Hebel, aber den können wir nicht benutzen. Ich glaube, die hier wollen wir auch nicht benutzen. Fuß. Luftschleuse aktiviert. Forschungsblockverbindung eingeleitet. Na toll. Pass auf, hinter uns. Ja. Das. Ja, das sind diese fetten. Hol die Schock da raus. Ja. Oh, ich kriege hier meine Shotgun nicht. Shotgun, Shotgun, Shotgun. Wo ist sie denn? Hallo? Da. Oh, jetzt ist die nicht geladen. Ich glaube, dass sie nicht... Das taktische Sturmgewehr geht auch. Okay. Ich glaube, das hat ich dann. Ich muss schon wieder nachladen. Hey, das sah noch alles aus. Das habe ich gut gemacht, ne? Ja, schon. Alles klar. Ich weiß, dass sie euch hier wirklich nach oben sind. Oder wer hat gesagt, dann müssen wir nach oben. Verstanden. Da rennt er weg. Das ist eben feiner. Sonst noch was los, nu? Äh, ich bin gleich wieder unten. Ich helfe dir, ich helfe dir. Aber hier ist noch eine Kiste. Leider keine Munition. Uah. Ja, ich glaube, ich bräuchte Hilfe. Ja, ich bin... Eigentlich bin ich sogar schon da. Bäh, nicht diese Viecher. Wir sind weg vom Hebel. Mehr Kupons brauchen wir nicht. Mist, das sind so viele. Ja. Ja, ich bin gleich. Ja. Ja. Vielen Dank.